Hallo Fans, schaut euch einfach dieses Statement von Marcel Relf an, aber zunächst einmal, wenn sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, Borussia Dortmund hat zum Saisonstart einen neuen Kapitän ernannt. Wie wir wissen, hat Marco Reus das Büro zur Verfügung gestellt. Der BVB Ernannte daraufhin Emre Ken zum neuen Kapitän. Doch schon nach wenigen Wochen kamen Zweifel an dieser Entscheidung auf. Marcel Ralf machte in diesem Zusammenhang einen anderen Vorschlag. In seiner Bild-Sendung »Reif ist live« wurde Marcel Ralf gefragt, ob Emre Ken deswegen bereits die Führung des BVB übernommen habe. Fertig? A. Marco Reus war bereit und Hummels war bereit. Es ist also immer ein Problem, Dinge zu erledigen. Emre Ken war auf der zentralen Position nicht in guter Form, und zwar Auf einer sehr zentralen Position für das Spiel von Borussia Dortmund, antwortete der 73-Jährige. Einjähriger Kommentator, damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken, und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Bis zum nächsten Mal. Uff wy. Uff. Uff. Middurch